Insel Usedom. Im verträumten Lieberwinkel befindet sich eines der letzten traumhaften Grundstücke mit direkten Zugang zum Achterwasser. Urlaub in der Natur mit Wasserzugang, Ruhe, Idylle sind hier absolut pur. Dieses wunderschöne Grundstück mit ca. 12.000 Quadratmetern, teilweise Bauland, Wiese, Schilf und Zugang zum Achterwasser ist käuflich zu erwerben. Vielen Dank. Vielen Dank. Blick auf die vier Fünnhütten. Ein Massivgebäude, in dem zurzeit die Gartenmöbel untergebracht sind. Und es liegt eine Baugenehmigung vor für zwei Apartmenthäusern mit je zwei Ferienwohnungen A80 Quadratmeter. So traumhaft schön, ruhig und erholsam kann der Winter auf Usedom sein. Okay. 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 Der Zugang zum Wasser über einen kleinen Steg auf den Sie auch ganz gemütlich den Sonnenuntergang oder Schwäne, Reiher, Enten und auch die Fischer genießen können. Der Zugang zum Wasser dieses einmalige, wunderschöne Grundstück wartet jetzt nur noch auf Sie. Ich freue mich, mit Ihnen in Kontakt zu treten und Ihnen weitere Informationen zu dieser Immobilie geben zu können. Ich wünsche einen schönen Tag. Manuela Jani, Maya Immobilien aus Heringsdorf.